Das ist eine Schweinerei! Ich werde mich in Kennisberg beschweren! Es reicht! Was ist denn hier los? Was machen Sie denn mit unseren Pferden? Krieg ist Krieg auch für euch! Und jetzt Schnauze! Moment mal! Ich bin Gräfin Malenberg. Wie kommen Sie denn dazu, unsere Pferde einfach mitzunehmen? Die Pferde sind wichtiges Kriegsgut. Und requiriert. Kriegsgut? Das sind Arbeitstiere! Kein Pferd verlässt mir dieses Gut. Hören Sie, ich habe Befehle. Hier. Sie glauben doch an den Führer. Ohne Zweifel. Dann können Sie auch nicht wollen, dass die Ertragskraft dieses Gutes geschwächt wird. Das würde der Führer auch nicht wollen. Genau. Das kann unser Führer nicht wollen. Gut. Ich spreche dann morgen mit Ihrem Vorgesetzten. Und Sie kümmern sich darum, dass die anderen Pferde wohlbehalten hier zurückkommen. Guten Tag.